Flexibler Strukturaufbau und Datenimport durch standardisierte Integrationen und Einsatz von CP Connectivity Express. Die Anbindung von Fuhrsystemen ist ein elementarer Bestandteil eines jeden BI-Projektes. Daher hat dieser Bereich auch für den Hersteller, die CP Corporate Planning AG, eine besondere Bedeutung. Sie haben die CP Suite mit umfangreichen Werkzeugen für die Fuhrsystemanbindung ausgestattet. Ob über Excel-Dateien vom Typ XLS, CSV, Text, XML-Dateien oder die direkte, relationale Datenbankanbindung, das Transformieren und Einlesen von Struktur und Daten für alle gängigen Fuhrsysteme wird End-User-freundlich und intuitiv unterstützt. Nachhaltige Prozesssicherheit durch Standard-Integrationen gemeinsam mit geeigneten Partnerunternehmen entwickelt. wurden Standardschnittstellen, die es ermöglichen, Struktur und Daten aus Finanzbuchhaltungen, Kostenrechnungen sowie aus offenen Postenrechnungen für Planung, Konsolidierung und Reporting aufzubereiten und somit nutzbar zu machen. Außerdem ermöglichen Sie sowohl einen Drill-Down auf Belegebene als auch bei einigen Integrationen das Zurückschreiben von Planwerten in das Fuhrsystem. Der Produktstatus der Standard-Integrationen gibt den Kunden die Sicherheit, dass diese auch bei Versionswechsel der Fuhrsysteme aktuell gehalten und inhaltlich weiterentwickelt werden. Auszug aus der Standard-Integrationsliste Weitere Integrationen auf Anfrage Aber nun zum CP-Connectivity Express allgemein. Mit der Integration CP-Connectivity Express lässt sich auf einfache und komfortable Art und Weise eine Schnittstelle zwischen Ihrem Fuhrsystem und der CP Suite herstellen. Die Integration ist ein umfangreiches Werkzeug zur Datenaufbereitung, welches im Wesentlichen automatisch die Daten aus der Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und OP-Nebenbuchhaltung bereitstellt. Alle Mandanteninformationen werden mit Hilfe von CP-Connectivity Express vollautomatisch aufbereitet und in eine gesonderte Datenbank geschrieben. Diese Informationen können dann in die CP Suite importiert und entsprechend ausgewertet werden. Ihre Vorteile auf einen Blick Direkter Drill-Down aus dem Modul Corporate Planner Mehr Mandantenfähigkeit Datenimport in das Modul Corporate Planner Datenimport der offenen Posten in das Modul CP Cache Automatisierung des Datenimports Automatischer Aufbau der Strukturen mittels eines Content-Rahmens Editor von vielen KAD genannt Performance Gewinn durch komprimierte und schnelle Aufbereitung der vorgeschalteten oder vorgehaltenen Daten innerhalb des Fuhrsystems Datenübernahme aus relevanten Datenbank Plattformen CP-Connectivity Express für DATE CP-Connectivity Express für EXACT CP-Connectivity Express für HOOP-Finanzsoftware CP-Connectivity Express für Microsoft Dynamics CP-Connectivity Express für SAP Business One CP-Connectivity Express für Voreal Word Guide CP-Connectivity für SAP über das Cubeware AP-AP Interface Mit der Integration CP-Connectivity SAP lässt sich auf einfache und komfortable Art und Weise eine Schnittstelle zwischen Ihrem SAP-System und der Controlling Software CP Suite herstellen. Die Integration ist ein umfangreiches Werkzeug zur Datenaufbereitung, welches ebenfalls im Wesentlichen automatisch die Daten aus der Buchhaltung, Kostenrechnung und dem Vertriebsmodul bereitstellt. Alle Buchungskreis-Informationen werden mithilfe von CP-Connectivity für SAP völlig vollautomatisch aufbereitet und in eine gesonderte Datenbank geschrieben. Diese Informationen können Sie ebenfalls anschließend von der CP Suite aus importieren und können die entsprechenden Auswertungen tätigen. Ihre Vorteile auf einen Blick Einzelposten pro Sachkonto Sachkontenhierarchie übernehmen Unterschiedliche Werttypen übernehmen Kostenstellen, Kostenträger, Leistungsarten Sofort übernehmen Kostenarten und Kostenstellen mit Hierarchie übernehmen Daten aus dem Vertriebsmodul SD Material Kunden mit Hierarchie übernehmen Vertriebsbereiche Auftragseingang Auftragsbestand Rechnungseingang Einzelbeleg an sich zu Aufträgen und Rechnungen Das Interface wird in Verbindung mit folgenden SAP Modulen eingesetzt SD, FI und CO Anbindung an Corporate Planner Finance Ab Version 4.2 des Moduls Corporate Planner Daten bei Import addierbar Vorzeichenanpassung bei Import möglich Drilldown auf die Belegebene im Modul Corporate Planner Tabellarische Zusammenstellungen einer Belegliste Import von Kalendermonatswerten inklusive Verbuchung der Ausgleichsbuchungen Die Erweiterung der CP Suite durch das Tool CP Connectivity ClickU ermöglicht ebenfalls die direkte Anbindung der CP Suite an das multidimensionale Analysewerkzeug ClickU Daten aus dem Modell Corporate Planner Plandaten, Budgetdaten, Vorkastdaten, Simulationsdaten oder auch Istdaten stehen zur Verfügung und können um weitere beliebige externe Daten zum Beispiel Variantendetails, einzelne Artikel oder Einzelbelege aus der Buchhaltung ergänzt und per Knopfdruck aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert werden Mit der Erweiterung der CP Suite durch CP Connectivity ClickU verbinden Sie professionelle Performance der Management Planungs- und Controlling Software mit der Welt der multidimensionalen Massendatenanalyse Flexibler Strukturaufbau und Datenimport durch standardisierte Integrationen sowie CP Connectivity Express Einfach und genial Ausgleichsbuch Beginning Improve Ausgleichsbuch Bem